Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt wird's wieder kritisch, es werden wieder mehr, die auf mich draufhauen Da hab ich immer so meine Probleme Besonders, wenn's auch noch mit Besser und Rüstung einfach alle kommt Ohne Dann krieg ich lieber einen Schlag ab, als das... Ich erledige das Die war für dein Lieben Freundchen Das war... Ich seh, gerade Wo lösst du denn jetzt hin? So... Du lässt doch die Waffe bitte liegen Danke Nice Das Krabbelkotzbüro scheint mit dem Theater verbunden zu sein Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro Nice So Ähm... Ja Was machen... Was kann man denn mit euch machen? Okay, vielleicht nicht gerade damit Ähm... Scheint ist das nicht das Richtige Okay So Ja Ja Da ist A Ähm... Äh... Ich hab ihr gesagt, dass ich Heiligabend arbeite Und dass die Gastronomie nichts dagegen machen Einfach so, ja? Ja, einfach so Sie verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben Richtig so Man darf sie bloß wie die Oberhand gewinnen lassen Hat mein Dad auch immer gesagt Dann hätte ich dann eine von Mom geknallt gekriegt Machen wir die Drecksau kalt Ja, kein Grund zur Sorge Alle eure Freunde sind einfach so umgefallen Oh nein Gut da Ah, sehr schön Ah, diesmal... Diesmal will er nicht so Dinger daran werfen Diesmal darf ich den Knopf selbst drucken Okay So Dann komm Mein lieber Fahrstuhl Komm Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss Ja Das ist schön für dich Deal machen Wunderschönes Passwort Oh, von mir aus kann Kappelpott sauer sein Ist mir egal Ey, das kannst du nicht machen Ich bin klaustrophobisch So Wo müssen wir denn jetzt hin? Komm schon, lass mich raus Kann ich da... Ja, kann ich Okay Wieder geguckt vor A ist Ich hoffe Irgendwann geht das ohne Probleme Okay Aua Au Wir müssen hier immer diese Waffen umheben Okay. Das wird doch so wie erhofft wieder. So. Jetzt geht's nur noch um dich und mich. Jetzt aber. Okay. Da ist das Theater. Ist hier auch irgendwo. Binden dann. Okay, kann man sprengen. Sehr schön. Ihr solltet wissen, dass Mr. Volkony das nicht dulden. Find's dir etwa so wie deine Freunde. Ihr seid abschockt. Ihr auch. Ihr ahnt ja gar nicht, was ihr da draußen müsst. Oh mein, ey. Ich glaube, ich glaube so gleich. Wir sollten wirklich auch schön jetzt. Oh, sie fängt so langsam an. Für mich sehr anstrengend zu werden. War hier ein Speicherpunkt. Gut, ich weiß es gerade nicht. Achso. Nach dem Kampf müsste gerade einer gewesen sein. Okay. Okay. Dann könnte ich ja jetzt eigentlich aufhören. Ähm. Ja. Jetzt wäre kein Grund mehr da, ja eigentlich weiter zu. Eigentlich. Eigentlich. Wäre kein Grund mehr da. Okay. Einer von euch will wieder unter so'n Ding. Ah, ich wollte Platz machen. Wegen mir musst du nicht länger machen. Ja. Ja, ja. Aber wie ist so ne Sache, wenn ich bis Spielen drin sind, auch wenn ich müde werde, es tue ich mich immer sehr schwer aufzudrücken. Bewegt eure Arschi hier rüber. Äh. Ja. Komm, die machen wir jetzt hier noch fertig. Und dann aber... So viel Zeit haben wir jetzt noch, komm. Jetzt laufen wir alle drei da. Ja, Madon. Äh, alle vier. Weiß, alle vier. Okay. Haben sie nicht mitbekommen. Schade. Und dann geht's. Ah! Ah! Er hat... Ah! Soll ich beim... Oh? So, der ist dann auch weg. Ich glaube, sie sind ein bisschen nervös. Er hat eine Geisel genommen. Na toll. Na ja. Geisel in Ruhe. Ich liebe das, auf diesen Wasserspeiern zu sitzen und die Leute von oben einfach auszuschalten. Ich bin einer Geisel in Ruhe. Ich schluck dich auf! Ich schluck dich auf! Wer hält hier still? Okay, ich habe ihn aber noch getroffen. Da kurzzeitig nicht danach ist. Oh, eingefrorene Menschen. So. Okay. Okay. Also wo waren wir? Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen, seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt. Und sie einen, was war's? Psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum letzten Mal. Was wirst du deinem Vater sagen? Dass wir aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreis. Ich bring ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdie. Aber ich hör nicht, was ich hören will. Das ist temporär. Oh, oh! Oh, oh. Ja. Da geht's! Okay. Ich mach die Camder nachher. Das ist für diesen Hammerliegen, bitte. Das Messer, bitte. Oder jetzt kommt wieder ein Video. Läuft die Zeit davon. Warte, warte. Lazy Towers, es gab einen Mord. Es sollte sein Unterschlupf sein. Aber Black Mask hat eigene Probleme, wie es scheint. Jemand ist eingebrochen und... Mir scheint, das Spiel ist vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Ich spiele keine Spiele, Slade. Okay, doch. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Deine Technik und Taktik sind wein. Jo, wir machen... ...ja, den hier. So. Aber mindern wir dich. Sie wird dich nicht retten. Mit mir kannst du nicht mehr. Nein. Hast du geschaut, ich bemerke dich dir wohl? Nein. Okay, das hier... Warte, ich mich aufhören. Das war ein Fehler. Oh, hast du deine Maske verloren? Oh, warte. 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 Wenn das so weitergeht, verliere ich. Der ist hart. Ja, der ist wirklich hart. Oh, wie er zu früh gekontert. Nein, 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 nein. Ah, Kecke. Nein. Hör auf damit. Ja, ich werde verlieren. Aber gut, das ist Slate Wilson. Slate Wilson ist nicht einfach zu besiegen. Aber ja. Gut gekämpft, Batman. Aber ich bin stärker, schneller, klüger. Es konnte nur auf diese Weise enden. Das war mir irgendwie bewusst, dass das total in die Hose geht. Wo ich Black Mask finde. Verstehe mich nicht, Black. Ich töte dich des Geldes wegen. Doch, war! Ich darf nicht zaubern. Mein A. Na komm. Junge. Ja, ich sollte wirklich. Ich wäre ja auch voll mitsteigen. Jetzt muss ich ja gar nichts mehr. Ich wäre zu ungewöhnlich. Ich würde mich hier breit fahren. Müde bin. Ich glaube, sie hätte nicht genau aber dick. Ich würde mich hierherahig klären, falls es sich abschnt. Jetzt wäre ich das zu. Also will ich So. Noch ein Patrick, doch leider. So. So. Und wieder zurück. So. 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 Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein, 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 tut mir leid, dass ich so ruhig bin, aber ja, alles geht's gerade, glaube ich, nicht gegen ihn. Oha, okay, das wird jetzt noch heftiger mit dem Schwert. Oha, okay. Oha, okay. Oha, okay. Oha, okay. Oha, okay, das wird so früh wieder. Oha, okay, das wird so früh wieder. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Oha, okay. Oha. 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 Wieder das. Wieder. Willst du auch mitschießen? Meine, 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 meine. Ich habe Ganks noch zu verkacken. Ähm. Das war's, Slade. Was bist du? War nett, Batman. Die Tür findest du ja von allein. Ich darf den Pinguin nicht entkommen lassen. Ich brauche mehr Antworten. Damit haben wir die Fernlenkkralle bekommen. Wunderbar. Und wir haben Slade endlich besiegt. Oh, war das heftig. Ich muss auf diesen Balkon. Dieses Werkzeug von Deathstroke sollte mir dabei helfen. Aber du könntest ihn jetzt auch einfach fesseln. Und wer hat die Sache geregelt? Wenn ich das neue Werkzeug von Deathstroke einsetze, kann ich entkommen. Anstrengend, aber geiler Kampf. Ja, also. Das ganze, die ganze Inszenierung von dem Kampf ist richtig geil gemacht. Aber. Oh, war das anstrengend. Nagini, ja. Ja, endlich geschafft. Boah. Oh, das war heftig. Das war heftig. Ähm, ja. Wo muss ich hin? Ich habe nicht aufgepasst. Ähm, ja. Wahrscheinlich nicht hierhin, oder? Ups. Wahrscheinlich da hin, ne? Aber toller Kampf. Ja, ja. Wie gesagt, wirklich ein toller Kampf. Aber sauschwer. Wie heißt du, eine Nonne hat die Unterwäsche als in diesem Raum. Aber schön. Versuch's ruhig härter. Ich will so richtig spüren. Hier, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Fröhliche Weihnachten. Und jetzt verpiss dich. Alfred, versuch Informationen über einen Mord bei den Lacy Towns zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Wird schon auf dem Weg. Ach ja. Ah. Ich sollte das Gerät einsetzen, das ich von Deathstroke habe. So. Da stand Speichern. Wir sollten eigentlich die Schosse jetzt ergreifen. Ja, habe ich. Lasst das GCPD wissen, dass sie einen Blick auf die Final Offer werfen sollen. An den dicksten Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln. Zusammen mit einer ganzen Ladung illegaler Waffen. Noch ein anonymer Tipp. Wird erledigt sein. Unterdrückte Bürger Gothams, eure Hilferufe wurden erhört. Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einst stolze Stadt befallen hat, zu befreien. Diejenigen, die wir wählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Da sie nicht handeln, tue ich's. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang fern nicht fett. Und jetzt zurück zu eurem normalen Programm voller Propaganda und Konsummüll. Als ob heute Nacht noch nicht schon genug los wäre. Das stimmt natürlich. Oh, ähm, ja. A. Und, endlich raus. Das wollte ich, glaube ich, auch noch erreichen, wenn ich den Teil hier mit Pinguin fertig machen. Ich sollte schnell zu den Lazy Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Ich hätte gehofft, dass du kurz Zeit für mich hast. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Über Verbrechen und Gewalt. Gier und Rache. Aber es geht auch um Vergeben. Um zweite Chancen. Um Veränderungen. Ich habe drei Bomben in den Korrupten des Ecken Gothams verteilt. Aber anders als die, die ich bekämpfe, glaube ich an die Kraft der Wahrheit. Deswegen gebe ich dir eine. Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir mache. Ich habe drei Bomben in den Korrupten des Ecken Gothams verteilt. Aber anders als die, die ich bekämpfe, glaube ich an die Kraft der Wahrheit. Deswegen gebe ich dir eine. Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir mache. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Nein. Nein, nein, nein. Das machen wir jetzt nicht. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt mache ich wirklich Ende. Boah. Ja, jetzt mache ich wirklich Ende. Also, vielen lieben Dank, ne, für jeden, der zugeschaut hat. Ich wechsle schon mal hier rüber. Darauf. Euch noch eine angenehme Nacht. Schlaft gut und alles, ne. Und vielleicht dann, ne, bis zum nächsten Stream, der, äh, ja, vielleicht morgen ist. Aber ich weiß nicht, ob morgen Batman um Batman wieder rankommt. Aber mal sehen. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Ja. Gute Nachts, Sergeant Houdini. Gute Nacht. So. Und ja, du auch, Nagini. Gute Nacht. Und ja, vielleicht bis morgen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020